Hallo! Hallo! Jo Leute, willkommen zu diesem Video. Wie immer, jo Leute. Wir schauen uns heute was richtig krasses an. Achtung, Galilele hat einfach ein neues Video rausgebracht. Richtig stark. Galilele, einer der besten YouTube-Kacke-Produzenten. Das wird ein richtig gestörtes Video jetzt. Ich hab richtig Bock, nostalgische Werbung. Alter, YouTube-Kacke-Werbung, Beste. Uff, boah, ich hab so Bock, ich will direkt los machen. Es ist auch nicht mal ab 18. Boah, ich hab richtig Bock. ... genannt. Wau, du? Das macht voll mit mir die Mathez. Das wird, glaub ich, anders lost. Das alte Schauma-Anti-Schuppen-Anti-Fett-Anti-Massel-Davis-Jetzt. Anti-Massel-Davis-Doppelter Wirkung gegen Antichuppen-Unmat. Es ist besser, Mköfte. Das alte Schauma-Anti-Schuppen-Anti-Fett-Von-Schuppen-Spiegler. Jungs, das ist so dumm, das ist... Alter... Ey, der YouTube-Kacke-Adventskalender war halt auch so legendär, oh mein Gott. Warte, wir machen ein Vollbild. Swoops. Hallo? Hallo, und gefällt dir alles, oder gibst dir irgendwas? Einfach Trauma. Ja, Andreas. Wirklich wahr, die Frau Haut so glatt. Stopp. Loll. Stopp. Diese sanfte Alchi macht mich echt an. Oh mein Gott, Junge. Alter. Redet ihr über mich? Nein. Nein. Okay, ich glaube, ich werde das Video trotzdem mal macht zu stellen, einfach sowas. Fotz. Ja, klar. Fotz. Die Kiwi mit dem Herz aus Kiwi. Mit dem Iwi. Loll. Hallo, mein Name ist... Hallo, kennen Sie diese... Ey. Probleme, hallo. Eingebackene SS-Reste, ha, ha, ha. Oh mein Gott. Eingebackene SS-Reste. Scheiße. Ha, ha, ha. Hartnäckige Rot-Schmutz. Angebrannte Eier. Sie sind fett. Ha, 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 ha. Klebrige Philip Bang-Abdrücke. Philip Bang? Kein Problem. Der Philip Bang-Fettreiniger. Ein Nigger treibt es mit einer alten und... Puh. Schwierig. Glaublich, Löl. Sehen Sie, wie Özil sich in Sekunden einfach einkackt. Einfach Özil komplett auseinandergenommen. Fingertige Finger und Gangbang im ganzen Haus. Gangbang im ganzen Haus, Junge. Das ist so gut, man. Das ist so gut geschnitten. Das ist so dumm. Küche. Oh, ich liebe es. Grill, Herd, Küche. Genug. Kenne ich nicht. Ja, Kult. In Japan weiß man, der Darm ist der Sitz der Scheiße. Deshalb hat der Darm... Als ob man das nur in Japan weiß. Ich glaube, das wissen wir auch, dass... Oh, Mann. In Japan weiß man, der Darm ist der Sitz der Scheiße. Deshalb hat der Darm-Schaftler Dr. Shiro Yakuult entwickelt. Der Darm-Schaftler. Yakuult wirkt gezielt auf das Gleichgewicht der Yapsen. Und sorgt... Der Yapsen. Junge, als ob die das im Fernsehen so sagen. So für ein scheiß Immunsystem. Für ein scheiß Immunsystem. Ich könnte jede... Es ist... Ich könnte bei jedem... Boah, das ist so gut gerade. Ja, Kult. Fühl dein Schaft. Japan ist der Sitz des Corona-Virus. Juhu. Stimmt aber gar nicht. Marcel Davies ist Kult. Juhu. Stimmt. Oh Gott, Müller. Okay, das ist wieder ein typisches Mindfuck von ihm. Aber das ist auch geil. Japanische Wissenschaftler haben entdeckt, dass... Haben... Herausgefunden, dass... Der Darm, der sitzt der Scheiß... Oh mein Gott, das ist so gut, Mann. Oh... Guck mal hin, wer da... Franz Bauer. Müller. Der Joghurt mit der Ecke. Und welchen Bauer kriegst du? Gar keinen. Alles Müller! Oder was? Was ist das? Äh... What the fuck. Okay. Junge. Hä? Hä? Wasser kommt rein? Ja geil. Und der Geruch verpestet. Ahhhh. Der Schuh der Scheiß. Haha. Der vom Schuh der Scheiß. Haha. Ja, wow. Cool. Bauerwagen. Oh, hey was neues. Hey aber cool. Und wir schon schon gut. Soooos lecker. Ich dachte das ist ein Eiswagen. Und geben die mir einfach Pudding. What the fuck. Oooooooow. Aaaaaaann. Jaaaaa. Cool und lecker. Für alle ein Lecker. Oooooohhaah. Das Leben ist voller Rassisten. Hohooo. Jo!! Lel. Das Leben ist voller Scheiße. Haha. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Hey! Alla wieder fruchtiger Frucht, Alla Geschmammsch von Kuh. Boah, früher, ich kenne die Marke Fruchtiger. Ich fand das immer so verwöhrend auf der Flasche, weil da stand ja Fruchtiger. Nicht Fruchtiger, sondern nur Fruchtiger. Also quasi Fruchtiger. Und dann habe ich immer, ey, ich habe das nicht gecheckt. Weil Fruchtiger wird ja mit zwei Tee geschrieben. Finde ich aber auch dämlich. Das triggert richtig. Das ist aber eine sehr alte Werbung. Kuckuck. Kuckuck. Salat ist ein Sinn voller Überraschungen. Wollen wir doch mal gucken, wie die Leute Garten so schmeckt. Mund auf. Mund auf. Oh, Klassiker. What the fuck, Digga, was zum Teufel? Alter. Das ist der Teufel. Jogi, schaut mir dieses Gesicht an. Alter, hätte ich da Schiss. Ach du Scheiße. Boah, aber ich glaube, das Original ist auch echt ekelhaft. Das ist Wahnsinn. Oh, weil sowas ist glaube ich immer ziemlich gut, so Film- oder Serien-Ausschnitte. Das ist der leckere Obstgarten. Diese Woche in deinem Spaß- und Action-Magazin Elfenhausen, Sohausen, zum Ablauf-Ambus. Ambus, ja, okay. Spastenbrille mit Rückspiegel zum Beobachten und Unpamieren. Oh, ne Brille, okay. Jetzt wissen wir, okay. Vicky Maus. Junge. Wahrscheinlich hat man Marcel Davos im Kühlschrank. Oh mein Gott. Alter, wie aufwendig ist das denn? Zelda-Soundtrack. Zu krank. DSL-Party. 1&1-Party. Ne. Ne. Aggressiv? Ich soll aggressiv sein? Kammer! Witz! 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 Geil. Kesslers Knicke war auch legendär. Boah. Ich wünschte mir echt so ein, das schreib ich in den Kommentaren, so ein Kesslers Knicke. YouTube-Kacke. Nur von Kesslers Knicke. Boah, ja, Kesslers Knicke war echt geil. Früher. Okay, starkes Video von Galilei, Alter. Feier ich. Mann, ich find's cool. Ich hoffe, da kommen wieder mehr. Okay. Vagal. Ciao.